Kannst du mich sehen, Till? Hallo, ich habe mir mal eine Frage. Hallo, Till? Zurück im Studio 1. Kannst du mal die Kamera ruhig halten, bitte? Ich glaube, ich frage jetzt gleich mal alle, ob die Hunger haben. Habt ihr Hunger? Ja! Yo! Wir stellen hier bei Taifun Thai essen und ich habe gerade bemängelt, dass ich davon immer Durchfall kriege. Und knutschen kann man auch nicht, weil es halt einfach so krass nach Knoblauch stinkt und es ist noch drei Tage danach. Beziehungsweise ich trau mich kaum mit Flieger einzusteigen, um nach Hause zu fliegen. So, mein Kopfhörer-Sound. Hier, bisschen in Form. Sersen. Und hier meine gesammelten Werke. Moderne Produktpräsentation. Mike, was machen wir hier? Ich muss schon hier rumkommen. Ach, ich muss rumkommen? Ich sehe, okay. Ich habe wirklich spezielle Lupe. Also für... der hat wohl also eine kleine... eine kleine Sehschwäche. Scheint so. Motherfucker! Waaah! Waaah! Genau ist... Hey! 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 Du! Du hast... du hast scheiße in deinem Schnurrbart! We'll do your best metal string.